ja hallo und herzlich willkommen hier bei basegaming tv mein name ist Herbert und wir spielen pro revolution zocker 2011 hier seht ihr schon mal die spielwiese sozusagen und da haben wir auch schon das erste tor für deutschland jawohl und das in den ersten fünf minuten das gibt es doch nicht ja ich habe fifa 11 getestet und werde jetzt auch mal pro revolution zocker 2011 testen da es doch bei manchen bei beiden games unterschiede gibt zum beispiel dass man selber ja abschätzen muss wie viel schussbar also wie hart man trifft abschätzen muss wenn ihr jetzt zum beispiel gleich mal schaut sie haben die kugel wieder deshalb wird mir so war mit so zu mir so auch nicht den ball verlieren nein ein moment mit dem ball so moment einmal moment entschuldigung auch nicht schon wieder so machen wir jetzt mal weiter so wenn ihr jetzt geschaut hat ich habe Lahm einmal schließen lassen von Persi und nun unter Alarm war gerade ein so eine um mehr hat viel ja auch so ist es war auf Erhellung ab jetzt ich habe den Ball weggenommen gar nichts gemacht und ein Freistoß für Niederlande und er sieht aus dem und er geht drüber ja ein Versuch war es wert schön für dich ja neuer und wie ihr sehen könnt oben an dem Bildschirm steht auch dickfett PS PS P-E-S 2011 ich habe es heute mit und jetzt da habt ihr denn schon wieder den die kleine ähm ja Aufladebalken wie man es auch immer nennen möchte man muss selbst abschätzen wie man schießen möchte muss kann oh wirklich solide Abwehr und da habe ich jetzt freie Bahn und versenkt den nächsten nein Latte das war Latte also hier fehlt gerade völlig die Kontrolle und hab da schon wieder die nächste jetzt hat er die Möglichkeit oh ja das war 2-0 im 16er ist er brandgefährlich oh das war ein schönes Tor er muss ihn wieder festhalten oder er muss ihn wegfausten zur Seite aber das was er hier macht erst gegen der Latte dann haben sich Niederlande den Ball wiederbekommen dann habe ich den Ball wiederbekommen und dann macht Poe Dolzing aus dem 16er ein schönes Tor ja herrlich schön mit der Brust angenommen das ist doch mal ein Tor was jeder Spieler gerne haben möchte so jetzt machen wir schnell weiter exzellentes Zweikampfverhalten und zack oh nein 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 Kloße keine gute Haltung beim Schuss und so ist die Chance dahin ich habe auch schon sehr gut gemerkt denn der Drängnis zum Abschluss das ist eigentlich stark aber der Ball ist nicht drin ja mit PSC also PS PES 2011 besser zurechtkomme als mit FIFA FIFA 11 ich weiß selber nicht warum aber wie ihr sehen könnt spiele ich da äh ja ein wenig besser als äh als jetzt hier mit 11 das ist ich weiß unwahrscheinlich Robbe von Bommel ne viel zu hoch er weiß dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal Mann und Manuel komm jetzt mach den rein ob da noch was geht das Leder kontrollieren der Angriff läuft no das war ja wohl mal nix es gibt den doch ab ja Snyder was bringt er denn wenn er jetzt noch ein Tor macht der erste Halbzeit ist doch eh sofort vorbei ja Müller hat ihn jetzt rennen wir nach vorne und da steht keiner er könnte schon eine Flanke bringen aber das ist niemand im 16er ah doch da stand doch jemand im 16er ich hab nur nicht dahin gezielt was eine kacke mist oder wie auch immer ah abseits klare Sache die Fahne ist oben klare Sache ja gucken wir uns das mal an jawohl abseits mist zum Glück ich führe oh schon wieder abseits der Schießrichter pfeift der Assistent hat die Fahne oben das war abseits oh mal wieder was soll das jetzt hab ich aber wirklich Pech von der Wegel ja schön mit der Brust angenommen und schießen wir den nochmal direkt nach vorne vorne keine Anspielmöglichkeit im 16 Meter Raum oh zu weit oh da hat drüber geschossen Müller 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 du Müller mich ey den werde ich aber jetzt mal sehen und nein zu ah Mist das war aber schon ein guter Schuss ich muss halt nur ja da fehlt die Abstimmung besser treffen oh du block doch nicht ich wollte wieder ein schönes Tor machen ja komm traut euch der Morat wieso verliert er denn nur schnell den Ball man 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 oh und doch nicht direkt zum Tor was macht okay was mach ich nicht was machen die denn ich steuere sie ja unglaublich aber wahr ach komm ja das ganze spiele ich jetzt hier auch wieder mit dem Gamepad eins von Logitech vor circa zwei Jahren oder so mal ah nein nein hast du da vor zwei Jahren circa mal gekauft und wunderbar es hält immer noch ja das war jetzt die erste Halbzeit ich werde es in zwei Parts teilen da es auf einem Part leider alles nicht passt und hier mache ich jetzt auch einfach mal ein gutes ja Cut und lasse die Höhepunkte einmal laufen und dann sehen wir uns gleich bis zum zweiten Mal und verarbeiten ein 2 zu 0 nach Durchgang 1 an wann und dann in Untertitelung des ZDF, 2020